Herzlich Willkommen zurück zu Hyrion's Quest. Wir befinden uns hier in der Gilde, wo wir uns eigentlich etwas umschauen wollen, da aber die Zeit was am Brennen ist. Werden wir uns jetzt erstmal schnell aufmachen und ein paar Sachen besorgen. An dem kommen wir nicht vorbei, ohne zu quatschen erstmal. You feel like you haven't eaten in several days. You had best take care of that before you starve. Hervor suggests hunting for food. That sounds like a good idea. Und das sollten wir auch tun. It is unfortunate that you lost your pack of supplies in the avalanche. If nobody took it, perhaps it's still there, where you left it. Wir müssen erstmal ausfinden, wo war das denn? Also müssen wir erstmal den Ehemann finden. Note, the icon in the top left corner will appear, when you are hungry. Freezing or under some other conditions. Click on it for information. If the condition affects your stamina, then the stamina bar will be displayed beside it. Also, den hätten wir hier oben, aber der wird dann da erschein. Das müssen wir gleich mal schauen. You will hurt yourself, if you run out, and can recover it by resting. Your first challenge in Herion's quest is learning to survive in the harsh environment. However, you can disable cold and hunger by using the control panel to set difficulty to its minimum. Was wir nicht tun werden. Hello, you must be the new traveler. My name is Heimli. Mother and I took care of you, and father dragged you out of the snow. Are you better now? You were really cold when you came in. I am well enough. Thanks to your help. Vielleicht weiß er, wo sie mich gefunden haben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Weil die Mutter wusste es ja nicht, die im Gebäude war. Die hat ja gesagt, der Vater hätte sie hierher gebracht. Also uns. Wir fragen andermal durch. Wir müssen eigentlich erstmal raus und ein bisschen Nahrung füllen. Ach komm, das machen wir noch. Das schaffen wir noch. So spät ist es noch nicht. Okay. What brave warrior are you? Well, you and I can climb over it. But trolls are you dumb for that. We are ruled by Gudjal. And my father is his smith and supplier. Is that not great? What city could be better? Can you tell me of your father? Genau. My father is the best smith in Midgard. He works for Yalilfing and makes weapons for his soldiers. He is real strong too. And he teaches me how to use the sword. And what about your mother? My mother takes care of the Ventures Guild. She does not talk a lot. But she is really strong too. How is your training going? You are a Venturer, are you not? My mother said you were Venturing and staying at the Venturing Guild. I want to be a Venturer when I am bigger. They get to travel anywhere. And everybody likes them because they have courage and honor. That means they do the right thing. You must be nice to people and help them. Even if you do not like them. And you cannot threaten folks just because you are stronger. And then you get to kill dragons. Let us speak of the woodlands. It is a farce round for Nsigtuna. It is full of wolves and trolls. Some other sense it must not go too far from the city wall. There are lots of trees of course, but there may be another village somewhere. There could even be Jabberwocks in the woods. Are the trolls dangerous? Trolls are big and strong. And they are very stupid. I am not afraid of trolls. When I grow up, I will go into the forest with my sword and they shall call me Trollslayer. Since you are a heroine, I am sure you can slay trolls already. I hope you will make that forest safe again for all of us. Heroine. He says that also hero. I say hero. That means also hero, right? Heroine. Heroine, okay. So what is the Jabberwock? So what is the Jabberwock? I have not seen that creature. The mother told me it has the jaws that bite and claws that catch. And it has a fur that goes jub jub. It is so frumious, you know. It must be very brilliant to catch it in the bar. Heroine. 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 Amazing. Heroine. Das ist sehr cool gemacht, also wenn andere Personen da sind, kommen ganz andere Dialoge zustande, weil die Person das mithört. In cases where this lets you miss important information, the dialogue option will remain wide to remind you to ask again when an interruption character is not in the room. Okay, also wir müssen uns keine Sorgen machen, irgendwann werden wir wieder sehen. Also Endurance geht von allem hoch, wie ich gesagt habe. So, hier können wir ein bisschen Wasser trinken, hat aber glaube ich keinen Effekt. Dann sollten wir jetzt mal kurz darüber gehen. Ach so, ich wollte euch noch hier oben zeigen, da seht man die Ausdauer, da unten seht ihr es auch aufblinken. 17 Stamina stand da. Also die geht ganz von alleine hoch. Gehen wir da hin. Da wohnt der Schmied. Da ich einen Helden spiele. You take the old spear, leaning against the crate. It looks weathered but usable. Now you're ready to do some hunting. Genau, solche Speere brauchen wir für Nahrung. Da seht ihr den Kältebalken, von dem ich geredet habe im letzten Video. Ganz ätzend. Weil wenn der weg geht, haben wir ein Problem. Dann erfrieren wir. Es ist gut, zu sehen, dass ihr ihn in unserer Stadt gemacht habt, was ihr jetzt sehen könnt. Der Jarl der Stadt will dich in der Morgen sehen, in der Stadt. Ich will dich dort sehen. Dann werden wir den Jarl doch mal morgen besuchen, falls wir den Tag überstehen. Direkt dazu mal ein Testo, bitte. Also wie gesagt, wir werden ihn... Oh, da hat was aufgeblinkt. Hätte ich mal zurückgehen müssen, ne? Wir werden auf jeden Fall... So, jetzt müssen wir hoffen, dass hier irgendwo ein Tier vorbeikommt. Ich weiß nicht, ob das per Zufall ist, indem wir hoch und runter gehen, dass sie irgendwann kommen. Was hast du denn hier gesehen? You believe the roots of these plants are both edible and nutritious, if not all that tasty. Ah, erntet man ein paar. You dig out enough roots to make a provisal meal for yourself. It's hardly a feast, but will keep you from going hungry. Okay. Das wusste ich nicht, dass man hier direkt was zu essen kriegt. Dann brauchen wir nicht unbedingt irgendjemanden zu töten. Also kein Tier. You found food using your herbicile skill. Many tasks in the game require you to have a minimum level in certain of your heroines, oder heroines, wie der Junge sagte, skills. You can train skills simply by using them. For instance, to train magic, simply cast a lot of spells. Every time you cast, has a chance of improving your skill. Aber das wird dann auch nochmal erwürfelt. Click the face button on the command bar to see your current skill levels. On this sheet, skills are marked in green, if they are improved since you last checked. Okay. So. Da sollten wir nochmal da drauf gehen. Da. Das ist hochgegangen von 5 auf 7. Schön. Ja, Score. Das kennt man von alten Seren spielen. Braucht man nicht unbedingt. Das ist jetzt erstmal unwichtig für uns, für den ersten Durchlauf. Wir sehen, wir haben mittags. Da müssen wir nochmal schauen. Stamina. Das ist echt ein Problem. So, wir gucken trotzdem, ob wir hier noch irgendwie jemanden finden, den wir anfixen können. Da kommt doch was Nettes. Dann. Nimm den doch mal. Genau. Ja, habe ich gesagt, dass das Spiel ab 18 ist. Ich habe keine Ahnung, ob es ab 18 ist, aber es ist blutig. Und wir haben eine Klinge. Da wir direkt mit so einem Schwert begonnen haben. Feines Ding. Using your blade, you cut off several last slices of meat from the dead bone. You found food using your animal can skill. Many tasks in the gap. Okay, das hatten wir gerade schon mal, dass sich das... Ja, da sagen sie wieder, dass sich das wiederholt. Und dass wir uns das angucken können. Kannten wir schon. Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben drei Fleisch. Und wir haben zwei Wurzeln, ne? Okay. Nicht, bevor wir hier erfrieren. Gehen wir mal zurück. Und das war eigentlich jetzt das Wichtige gewesen, dass wir Nahrung zu uns nehmen können, damit wir schlafen können und nicht verhungern. Und jetzt können wir auch wieder in die Gilde gehen, können uns jede Menge Zeit lassen. Wir werden die Nacht über stehen. Das war wichtig, dass wir das gemacht haben. Und jetzt schauen wir uns genauer alle Sachen an, die hier sind. In several languages, most of which incomprehensible to you, the sign states, that this is a guild house for Thorn Sigtunas Adventurer's Guild. Awesome. Ja, wir sollten uns einiges angucken. Immediately at the city gates, an oddly shaped building has been haveversedly constructed as if by several discreating architects. It is quite resilient. Elbit. Oh, das weiß ich nicht. Was heißt. In an unorthodox way, fittingly in houses of the local Avengers Guild. Okay. So, I'm here. Merchant card stands besides the city gate. It is in disrepair and appears to not have been used since the winter started. Können wir da was mit machen? As an adventure, you prefer to travel lightly and carry a backpack rather than luck a heavy guard around. Ja, wie wär's denn mit nem schönen Esel oder sowas? Außerdem hätte ich meinen Rucksack gern erst wieder. Dafür muss ich aber erstmal rausfinden, wo ich gewesen bin. Jetzt kann ich das auch mal erklären hier mit der Ausdauer. Ihr seht hier Stamina 8. Und ich kann hingehen und kann mich aufs... Oh, hauen! Indem ich das hier mal... Das hier hab ich gar nicht zur Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist, glaube ich, Springen und das ist Schleichen. Das kann ich nicht, weil ich das nicht erlernt habe. Die Fähigkeit Akrobatik und Stealth. Naja, man kann auch nicht sehen, welche fehlen. Alles klar. Aber wir können halt noch laufen. Das kostet aber dann wesentlich mehr Ausdauer. Die geht dann viel schneller leer. Und wir können für eine Stunde rasten oder wir können schlafen. Aber wir können nicht schlafen, weil wir hungrig sind. Das ist ein Problem. Und wenn ich jetzt die Nacht durch mich ausruhe bis zum nächsten Morgen, kreppiere ich da dran, dass ich verhungert bin. Also, wir ruhen uns jetzt mal eine Stunde aus. You sit down and rest for an hour or so. Taking a short break vom Adventuring. Das werde ich nicht wieder vorlesen. Das wird jedes Mal kommen, wenn ich das mache. Sehr schön. Seht ihr? Da, meine Stamina ist wieder ganz voll. Fine. Hey, what's up? Genau, also die haben einen täglichen Tagesablauf. Wie genau der aussieht, keine Ahnung, ob der wichtig ist. Das machen sie auf jeden Fall. Dann schauen wir uns doch das da mal an. Like in every adventure guild, a logbook lies ready on the table, so that every visitor can sign in wherever he travels. An inkwell in quill stands nearby. The most recent signatures in the book are an Grimm, ingelt in head. Ist das wichtig? Wie immer schreibe ich mir tausenden von Sachen sehr wahrscheinlich in einem Adventure auf. Grimm, ingelt, and head. Und dann tue ich dahinter. Okay. Wer von mir noch keine Adventures Let's Plays gesehen hat, die anderen werden es wissen. Ich bin dauerhaft ständig Kram am Kritzeln. You take out the quill and sign your name in the Adventures Logbook. Yay, und haben da viele Squall bekommen, die uns nicht interessiert. An elegant painting hangs next to the quest board. It appears to depict a farmhouse in a wintry environment that is unfamiliar to you. You eagerly checked behind the painting for hitting buttons or even a wall safe. Unfortunately, you find nothing but bricks. Schade. Das wär's ja jetzt stinkreich. Also, sie hatte uns ja gesagt im letzten Video, dass wir hier drauf gucken sollen, falls wir irgendwelche Aufträge annehmen wollen, falls irgendwelche Leute Hilfe brauchen. Denn dafür sind wir da. Wir sind Abenteuer. Courier sword to deliver letter. Please inquire at Sleipnias Tavern. Okay. Da haben wir doch schon unsere erste Quest. Obwohl, wir haben auch Rucksack holen. Das schreibe ich mir immer gerade auf. Rucksack holen, Quest 1. Oberquest sozusagen. Quest 2, die natürlich eine Folgequest davon ist. Ehemann finden. Der muss mir nämlich sagen, wo hat er mich gefunden. Jetzt müssen wir diese Taverne aussuchen. Und zwar Sleipnirs Taverne. Letrasia. Das wird die Person sein. Letrasia. Gut. Das war der hier, ne? Okay. The mystic Avandal seeks mystic herbs of mystical powers for use in ritual mysticism and shall pay in true magic for this herb, if a viable specimen of the mystic herb is found. Wer auch immer der ist. Avandal. War das der Zauberer von eben? Das kann gut sein. Auf jeden Fall. Aber wenn er bezahlt mit Magie... Ich kann Magie nicht. Bringt mir das irgendwas? Auf jeden Fall will der was haben. Ich schreibe mal auch... Wandel. Klammern Magier. Fragezeichen. Und der will haben... Mystic herbs. Also irgendwelche mystischen Kräuter. Pflanzen und dergleichen. Schreibt mal magisch hinter. Magische Kräuter. Vier question. Eil Jarl Ilfing. Sag mal da Ilfing? Ja. Ilfing, third of that name, promise a reward of 500 silver to the one who can end the thimble winter that plaques our land. Ha. Ah so. Winter. 500 silver gives us 500 gold. I'll say that so. From the 15th. The assistance of a brave hero is required to the repel and invasion of death deadly goblins. Direct your inquiries to King Fort Tigern in the realm of Thalen. Wo ist das? Realm of Thalen. Und da sollen wir sprechen mit King Fort Tigern. Aha. Ich vermute, dass das in anderen Gegend ist. Oder auch hier beim Jarl irgendwo. Und wir sollen ein paar Goblins umhauen. Das kann ich mir gleich auch nochmal hinschreiben. Goblins. Hauen. Ah, Goblins sind doch... Das sind doch die Ratten der Fantasy. Wie in allen Spielen Ratten hauen, ne? Ja, wie... Eigentlich könnte ich jetzt natürlich was essen, ne? Das... Hups. You are hungry. If you do not find food in a few hours, you will collapse in starvation. Boah. Das mag sein. Aber ich weiß, dass wir noch was Zeit haben und sogar bis zum Abend aushalten. Deswegen... Schauen wir uns hier mal was weiter um. Ein Stuhl. Yes, it appears to be a chair. It's most likely used for sitting on. Kannst du das machen? Was bringt uns das? Geht dadurch die schneller hoch und ich muss hier keine Stunde resten? Ist das ein Importen hier? Ja, da würdest du schlafen. Können wir uns da auf den Stuhl setzen? Ja, es sieht komfortabler aus. Warum setzt du sich da nicht drauf? Stretch. Was ist das? The head of the slain troll has been preserved and sat on the wall, showing off the exploits of an early adventurer, the nameplate reads Degg, son of Derlinger. Keine Ahnung wer das war. Aber irgendwelche... Wikinger, nordlich oder nordischkundige Menschen werden sich nicht denken, Mensch, das war doch der Slayer von Blablabla. Keine Ahnung. A brightly polished crossed axe and maze adorn the fireplace. Upon closer inspection, they are purely ornamental and couldn't cut their way out of the paperback. A large trophy hat is attached to the wall, looked perpetually in an angry snarl. It appears to be a cross between a wolf and a dragon. If such a thing is possible. Tja, das ist es wohl. You're not entirely sure whether a dead vark or something was, bragging about and hanging on the wall. According to the nameplate, it was killed by Engeld. The set looks like it has a long history. You believe it's to be a levadarian from the early roberton period? Keine Ahnung wer das ist. Da haben wir unsere Tour. Da wird ja wohl nicht neuer Kram jetzt drin sein. Ne, ne, ich stibitzen darf. Aber besser nicht Tour. Ah, da bin ich noch gar nicht reingegangen. Haha, genau, weil ich mich so beilen wollte. Richtig, Notepad. Dann schauen wir uns gleich mal. Wir sehen ja Notepad. Blablabla, fliegt nicht viel. Das müssen wir wohl draußen machen. Also, da kann ich reinschreiben. Upsen. Schön. Aber eigentlich brauchen wir nicht. Oh, look. It chugged the plant. He does get around. Doesn't he? Ja, möglich. Und lässt mich nicht mehr vorbei. Oder wie war das? Also, Manic Manson. An empty board dons the war. Apparently, someone has reserved this for the head of some unknown animal. Da können wir, glaube ich, nicht rein. Ja. You peer inside the closet. But find nothing that would be of use to you. Ah, sicher nicht, ja. Klopapier kann man schon sehr wichtig sein, aber sowas haben wir da nicht, ne? Na gut. If you're looking for the door out of here, that would be in the bottom middle of the room. Okay. Das können wir schon, da sind wir schon rausgegangen. Knocking on the barrels, you hear a hollow sound. And there doesn't seem to be anything interesting in there. Ich würde eigentlich nicht drauf gucken, aber wenn da sowieso nichts interessiert. You wonder why anyone would store supplies outside this house, leaving them to freeze in the chilling wind. That's why they stand in the living room of cars. Ja, so würde ich das auch machen. Besonders hier kann ja jeder sterben. Ja, wegnehmen wollte ich eigentlich nicht. It's not very heroic to take somebody else's trophy from the guild house. Besides, you think one of the apples of Edon would be much more useful to you than a merged seed. Kannst du da was wegnehmen? Da, da blinkt was auf. Habt ihr das gesehen? Hm, das ist strange. Okay, können wir nichts machen. Wir haben hier Feuer. Da können wir uns aufwärben, glaube ich. You gladly hold your hands close to the fire until they are warm again. Ah, wonderful. In a stern winter like this, having a fireplace in your room is quite a luxury. It appears to be stocked with enough wood to last a long time. Jetzt ist die Frage, ich kann das Fleisch sehr wahrscheinlich da anbraten. Keine Ahnung, ob's geht. Aber ich vermute. You cook your meat on the fire until it looks edible. Sehr schön. Also könnten wir jetzt sehr wahrscheinlich das essen. Drei Stück haben wir davon. Aber wollen wir das jetzt schon? Lü. The Guildhouse has a fine selection of books. Most of them written by or about farmer heroes describing their past deeds. And some by wannabes describing their hopes for the future. Ich glaube, das war so ein bisschen Infobuch über das Spiel. The Adventurous Guidebook bei Arn Grimm und Tarsen. Ja, also hier ist ganz viel Text. Da werde ich jetzt ein eigenes Video für machen. Da könnt ihr meinetwegen das dritte überspringen. Wen das interessiert, was in der Welt hier um uns herum passiert. Das ist eigentlich interessant für Leute, die was mehr wissen wollen. Wo befinden wir uns hier? Ich würde es empfehlen. Schaut es euch an. Bis demnächst. Euer Chojin. Amen. 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 Amen.